Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Full Face Schminkie für dich und zwar geht es um die Marke Belle Hypoallergenic. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Marke kann man bei Douglas kaufen, also da habe ich die bestellt und da habe ich vor allem ganz viele Produkte auch im Sale ergattern können. Also nicht im Sale, sondern mega reduziert, teilweise 50%. Und ein bisschen was hatte ich auch schon hier zu Hause und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt in meinem Gesicht funktioniert. Sollte ich etwas abgehetzt drüber kommen? Es ist hier einfach warm. Ja, es ist wirklich warm. Und trotzdem, dass es hier irgendwie gefühlt, wenn wir fünf mehr an Grat sind, habe ich hier einen Kaffee stehen. Läuft bei mir, oder? Genau. Sammy hat sich auch überlegt, hier mit in diesen Raum zu kommen. Ein bisschen Folter für sich selbst. Ihm stand die Option, offen nach draußen zu gehen, aber er hatte keine Lust, also ist er mit mir hier. Okay, der ist noch ein bisschen heiß. Ja, ich bin sehr gespannt. Es gibt auch eine kleine Verlosung, habe ich jetzt eben schon gesagt, ich weiß nicht. Ja, alles was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, sage ich gleich im Laufe des Videos. Und ich starte jetzt einfach mal mit dem Primer. Das ist der Anti-Redness Primer. Ich finde, dass man das aktuell einfach auch gut gebrauchen kann. Ich habe natürlich hier, ne, hormonell bedenkte Bickelchen gehabt, oder habe ich hier immer noch teilweise. Die werden dann hoffentlich so ein bisschen ausgeglichen. Natürlich habe ich auch meine ganz normale Tagespflege unter dieser ganzen Geschichte gleich drunter. Also jetzt quasi auf meinem Gesicht drauf. Und da gebe ich mir jetzt einfach so was auf meinen Finger. Das ist wirklich grün, ne, weil Anti-Redness halt. Und dann verteile ich das ganz entspannt mit meinen Fingern im Gesicht. Ich prime auch immer meinen Hals mit, deswegen gebe ich mir noch einen weiteren Pumpstoß auf meinen Hals und meine Dekolletie. Kann man ja auch als generelle Pflege verwenden, ne. So on top. Warum nicht? Ja, kaschiert das jetzt Rötungen? Ich weiß nicht. Ein bisschen, ne. Also ein kleines bisschen ebnet das schon aus. Das ist jetzt nicht irgendwie dieser unfassbare Wow-Effekt, wie ich das zum Beispiel bei dem Catrice Tensational hätte. Da ist es doch schon etwas intensiver von der Wirkung her. Aber so. Es spendet Feuchtigkeit. Jedenfalls habe ich das Gefühl. Und ich finde, dass es auch alles ein bisschen angeebneter, angeglichener aussieht. Natürlich hier habe ich so ein paar Stressrötungen. Einfach, ne, hitzebedingt. Das ist nun mal so. Und, ähm, ja. Mein Gesicht sieht aus, wie es aussieht. Gut. Als nächstes widmen wir uns der Foundation. Und da habe ich das Aqua Jelly Make-Up. Habe ich in der Farbe Fair, müsste das sein. Das ist eine Plastikverpackung. Und die kommt mit einem Pumpspender daher. Ist das fair? Color 01, ja. Ich glaube, Hypoallergenic ist auch irgendwie eine Marke, die aus Polen kommt. Ich nehme einfach jetzt so ein Beauty-Schwämmchen. Das ist auch wirklich ein Original-Beauty-Blender, den ich jetzt ein bisschen angefeuchtet habe. Und gebe mir was von der Foundation hier oben drauf. Okay, die sieht schon mal ganz interessant aus. Bin ich gespannt drauf. Farblich passt die sehr gut. Jetzt sieht das sehr geistermäßig in der Kamera aus, muss ich ja auch so sagen. Weil die jetzt bei mir von jetzt auf gleich halt alles so anebnet. Wenn man ein etwas gerötetes Gesicht hat, dann sieht das immer etwas merkwürdig aus. Farblich zu meinem Teint ist es aber tatsächlich passend. Weil ich das halt gerne vergleiche mit dem, wie es halt hier unten so halsmäßig aussieht. Da bin ich halt jetzt echt eine Blassnase. Ich habe jetzt zwei Pumphübe aufgegeben und die in meinem Gesicht und so ein bisschen auch Hals- und Dekolleté-mäßig verblendet. Schön eingearbeitet. Jetzt aus der Ferne sieht das alles recht harmonisch aus und recht schön. Und es fühlt sich auch sehr, sehr angenehm auf der Haut an. Die Deckkraft würde ich eher leicht bezeichnen, leicht bis Medium. Aber wir gucken uns das mal kurz nochmal aus der Nähe an. Aus der Nähe betrachtet sieht das Ganze auch echt gut aus. Also das ist schön mit der Haut verschmolzen. Hat hier auch noch einen schönen Glowy-Effekt. Das ist alles sehr, sehr pflegend. Es fühlt sich an wie eine Creme und weniger wie eine Foundation. Und es sieht auch nicht so aus, als hätte ich mir jetzt irgendwie krass Farbe ins Gesicht gegeben. Gut, manche Steine sind jetzt halt noch nicht ganz so abgedeckt, wie ich es gerne hätte. Jetzt so die Rötung am Kinn oder, keine Ahnung, natürlich die Augen drumherum. Da muss jetzt noch ein Concealer nachhelfen. Aber so sieht es sehr, sehr gut aus und fühlt sich richtig gut an. Dann machen wir doch jetzt mal direkt weiter mit dem Concealer. Da habe ich hier den Eye & Skin Concealer in der Farbe 10. Das dürfte auch irgendwas ganz Helles sein. Ich bin ja immer sehr hell unterwegs. Ja, 10 fair. Und da bin ich ja auch mal gespannt, wie das dann so vom Ton her ist. Das wirkt ein bisschen gräulich jetzt so auf den ersten Blick. Hat ein gerades Applikatorfüßchen. Das ist nicht gebogen und einfach gerade. Und die Produkte riechen auch ungefähr nach nichts. Das ist ja auch alles sehr angenehm oder soll angenehm für die Haut sein. Und deswegen ist wahrscheinlich auch mein Hautgefühl gerade sehr, sehr gut. Und dann wieder mit dem Schwämmchen einarbeiten. Der Concealer fühlt sich tatsächlich deutlich pastiger an, als ich ihn erwartet hätte. Der ist, ähm, ja, pastig. Er lässt sich jetzt tatsächlich gar nicht so leicht einarbeiten, eben weil er so ein bisschen pastiger ist. Und hat jetzt nicht diese High-Coverage-Geschichte, ne? Ich sehe jetzt noch mehr aus wegen Geist. Es tut mir leid. Aber immerhin wegen Geist ohne Augenringe. Ähm, genau. Also ich müsste theoretisch von der Deckkraft her auch bei den Augen so ein bisschen noch nachlegen. Hier bei meinen Mr. Freetzen, die noch ein bisschen intensiver durchscheinen ebenfalls. Also, ja, hat keine Mega-Coverage, ne? Aber wir versuchen ihn mal aufzubauen. Auch aufgebaut. Also, der ist, ähm, recht schön. Aber ich finde nicht, dass er jetzt so mega alles abdeckt oder so, ne? Ja, fühlt sich sehr schwer auf der Haut an. Also, das ist jetzt wirklich der absolute Kontrast zu der Foundation, die sich sehr leicht angefühlt hat. Der ist jetzt sehr pastig, sehr fest, ließ sich nicht so leicht einarbeiten, nicht so leicht verteilen. Und ich spüre ihn halt auch im Gesicht. Und ich spüre, dass ich ihn auf jeden Fall setten muss. Und das werden wir jetzt auch machen. Nachdem wir einen Schluck Kaffee getrunken haben. Das Puder, welches ich habe, ist jetzt nicht unbedingt so ein klassisches Setting Powder, sondern das ist mehr so ein Face and Body Illuminating Powder. He, das ist dieses hier. Und, äh, ja. Hm. Das werde ich jetzt auch verwenden, um den Concealer zu setten. Mal gucken, wie sehr ich jetzt unter den Augen leuchten werde. Denn das hat schon eine ordentliche Leuchtkraft, ne? Das ist schon heftig. So, ich gehe jetzt mal mit dem Pinsel rein. Ja, ich muss ja unter den Augen setten. Deswegen gehe ich auch ein bisschen ordentlicher rein. Dann presse ich mir das hier unten an der unteren Augenpartie drauf. Oh mein Gott. Leute, das ist ein Highlighter. Das ist ein Highlighter. Seht ihr das? Das ist ein, also, nee. Nee. Ich, äh, nehme da jetzt einfach mal mit dem Puder, was ich da habe, zum Setten. Ja, weil das ist ein Highlighter. Das ist kein, das ist, das ist kein, kein Puder, Puder. Nehme ich jetzt hier von meiner Cardagis Puder. Ich meine, es hält die untere Augenpartie auf, aber es sollte jetzt nicht so, äh, so sein. Also, ich versuche jetzt tatsächlich auch diese Augenpartie so ein bisschen zu retten, weil das mit dem Highlighter natürlich ein bisschen krass und dämlich war. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall aufgehält. Also, da kann man sich jetzt echt nicht beschweren, oder? Naja. Okay, es ist tatsächlich ein Highlighter. Wie oft habe ich das jetzt gesagt? Wie oft will ich das noch sagen? Ich weiß es nicht. Den werde ich gleich auch als Highlighter noch draufpacken. Ähm, ich habe tatsächlich auch keinen anderen Highlighter, weil ich dachte mir so, ja, wenn ich mir so einen Illuminating Powder drauf mache, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an das Aura Glow Powder von Love denke oder so, ne? Die haben das ja auch. Und, ähm, ja, das ist nicht so, nicht so intensiv. Okay, wir wärmen mich mal wieder auf, weil ich sehe aus wie ein Geist. Da habe ich hier Fresh Bronze Powder in der Farbe, äh, 01. Sun Kissed Bronze ist es, glaube ich, oder so. Mal gucken. Ja. Nehme ich mir so einen fluffigen Pinsel. Weil ich auch nicht weiß, wie intensiv das Ganze ist. Durch die sehr blasse Base kann ich da nämlich auch sehr gut gerade Bronzer vertragen. Also, schön aufbauen. Der Bronzer ist besser pigmentiert oder stärker pigmentiert, als ich das jetzt gedacht hätte. Weil eigentlich würde ich Hypoallergenic, also die Marke an sich, eher so einschätzen, dass die eher so dezent sind. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Aber tatsächlich nicht zu intensiv, ne? Weil ja auch die Zielgruppe mit sensibler Haut unterwegs ist. Ich meine, ich gehöre ja definitiv auch zur Zielgruppe aufgrund von sehr sensibler Haut mittlerweile. Nach dem Pilleabsatz sind. Und deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man so viel Pigment bekommt. Und der ist echt schön. Der ist schön weich und gleichzeitig aber auch nicht zu schwach. Also, der ist gut. Der rettet gerade so ein bisschen die Base. Sammy liegt gerade neben mir an der Tür. Und der träumt. Seine Pfötchen bewegen sich so niedlich. Ich lieb's. Also, wenn der gleich anfängt zu bellen, dann wisst ihr Bescheid. Dann hat er gerade einen ganz interessanten Traum. Meine Damen und Herren, wir haben wieder ein Gesicht. Okay, ja. Es ist jetzt nicht super intensiv. Und ich habe ja auch die wirklich hellste Farbe genommen. Aber es ist schön, oder? Ich mag's gerne leiden. Also, so ist es auch ein schöner, angenehmer, bronziger Ton. Die Farbe ist nicht zu warm, aber auch nicht zu kühl. Sodass das Ganze halt wirklich super jetzt auch in den Sommer passt. Also, Sunkist trifft es definitiv. Das mag ich. Ne? Ich verteile mich noch ein bisschen, weil der Pinsel gerade so fluffig ist. Blush. Da habe ich den Fresh Blush in der Farbe irgendwas... Ja, Frozen Rose. Ich wollte schon sagen, irgendwie so eine gefrorene Rose. Und der hat nämlich auch einen leichten Schimmer mit drin. Da weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt noch einen Highlighter danach brauche. Ich nehme jetzt den gleichen Pinsel, den ich eben auch für Bronzer auftragen genommen habe. Und, ähm... Ich mache das erst hier so vorsichtig. Ja, der ist richtig schimmerig. Also, positiv schimmerig. Schön. Und das ist wirklich so ein nasser Glow, den der Blush hier auch mit drin hat. Also, das sind keine Glitzerpartikel mit bei. Sehr, sehr schön. Und sehr natürlich auch. Man sieht's aber trotzdem, ne? Man sieht den Unterschied. Da habe ich den jetzt schon aufgetragen. Auf der Seite noch nicht. Ja, gut. Ich hatte da eben auch richtig krass Highlighter drauf. Sieht man, es hat doch etwas mehr glänzen. Mega cool, oder? Boah, der ist echt schön. Ja. Fresh Blush. Der macht wirklich einen freshen Blush hier. Ich gebe mir den noch so ein bisschen über die Nase, weil ich da einfach Bock drauf habe und Sommer ist. Das ist auch. Also, jetzt nehmen wir Foundation und nehmen den Primer auf jeden Fall. Und nehmen den... Ja, gut. Komm, so viele Produkte sind jetzt noch nicht durchgefeiert. Aber jetzt dreht das Leben mal nicht schlechter, als es ist. Komm, wir tragen uns jetzt das Illuminating Powder auch mal so ein bisschen als Highlighter auf. Weil es ist jetzt ja einfach da. So. Ich nehme jetzt so einen vorsichtigen Highlighterpinsel. Das ist jetzt von H&M einer, glaube ich. Steht nichts drauf. Nö. Muss ja auch nicht. Und den setze ich mir hier einfach so vorsichtig auf die höchsten Punkte. Weil eigentlich ist der Blush ja schon intensiv genug. Das ist jetzt nur zur Unterstützung des Ganzen. Also, wenn man wirklich einen sehr subtilen Highlighter haben möchte, ist der wahrscheinlich auch eine ganz gute Wahl. Also, der springt dich jetzt nicht so intensiv an. Ist ja auch eher Illuminating Powder. Das ist genau so ein Zwischending zwischen Highlighter und Puder, ne. Aber dann doch vielleicht eher Highlighter als Puder. Man sieht ein bisschen was. Aber man sieht jetzt nicht ultra viel, ne. Das meiste, was ich an Glow in meinem Gesicht habe, kommt tatsächlich jetzt vom Blush. Das ist halt ein sehr leichter Alltagshighlighter ohne Glitzer, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Augenbrauen. Die möchte ich auch noch machen. Ja. Das ergibt Sinn. Da habe ich hier Precise Brow Pencil. Das ist dieses gute Stück hier. Das dürfte die Farbe Fair sein oder die Farbe 01. Ja. Ich habe hier keinen Spoolie mit dran, aber ich habe auch die günstigere Version gewählt. Und jetzt mache ich mir mal eben kurz die Augenbrauen. Wenn ich das jetzt übrigens so vom Nahen sehe, der Concealer ist nicht am Creasen. Der sieht sehr gut aus. Und das, obwohl er so bastig war, ne. Oh ja, die Farbe passt sehr gut. Holla, die Waldfee. Richtig schön. Mag ich gerne leiden. Und das ist noch nicht durchgebürstet. Das müssen wir noch durchbürsten. Dann verblendet sich das nämlich nochmal ein bisschen schöner. Also der Stift ist wirklich sehr, sehr angenehm von der Textur her. Recht weich, aber nicht zu weich, ne. Also das ist der, manchmal hat man das, wenn die Stifte zu weich sind, dann brechen die ja auch gerne mal so ein bisschen ab oder so. Das macht er nicht. Der macht eine schöne, natürliche Geschichte auf meinen Augenbrauen. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Aber du verbrauchst richtig viel Produkt. Ich muss den schon zweimal hochdrehen. Wow. So, ich habe die jetzt sehr, sehr natürlich nachgezogen, ne. Also die sehen jetzt auch ein bisschen buschiger aus, ein bisschen wilder. Ich muss aber sagen, dass man richtig viel von dem Produkt dann wirklich in Verwendung hat, ne. Da muss man wirklich aufpassen. Ist aber ein schöner Augenbrauenstift, der macht richtig Freude. Ist vergleichbar mit dem Precisely My Brow von Benefit tatsächlich. Ähm, aber ich finde, dass man bei dem hier echt mehr Produkt verwendet, weil der weicher ist. Ein Augenbrauengel habe ich mir so nicht geholt. Deswegen nehme ich hier meinen 24 Hours Brow Setter von Benefit und fixiere damit einfach meine Augenbrauen. Ist jetzt ganz schön buschig bei mir geworden, aber es ist okay. Ich verwende jetzt eine Lidschattenbase. Die habe ich auch schon länger verwendet oder mehrfach verwendet. Die Lightning Eyeshadow Base. Ähm, die ist ganz cool, weil dieser Lidschattenprimer macht, dass dein Lidschatten auch so ein bisschen schimmert. Was ich ganz cool finde, denn ich habe gleich, upsala, auch eine Nude-Palette. Und ja, deswegen trage ich mir die mal auf. Nehme ich mir immer so einen festgebundenen Pinsel ganz gerne bei diesen Pöttchen Lidschatten-Bases, ne. Und gebe das dann einfach auf mein Lid, also beweglich und auch nach oben auf das unbewegliche Lid. Und weil ich gleich in der Lidschatte keinen Ton zum Setten habe, nehme ich einfach das Puder von eben und sette damit auch direkt die Lidschattenbase. Ich habe mir tatsächlich im Sale gleich drei Lidschattenpaletten ergattern können. Die hier möchte ich gerne gleich mit euch verwenden. Das ist die Nummer 4 und die hat eher so erdige Töne. Die machen wir gleich zusammen. Und diese beiden, das sind zwei Nude-Paletten. Eine, die etwas wärmer ist und eine, die etwas kühler ist. Die möchte ich beide gerne in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, ist ganz einfach. Schreib mir unten in die Kommentare einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Make-Up-Traum. Das ist, glaube ich, ganz schön. Weil wir machen hier gerade ein Make-Up und Monsieur hat hier nebenan gerade scheinbar einen sehr schönen Traum. Genau. Es wird tatsächlich dann zwei Gewinner in diesem Video geben. Und du kannst auch gerne reinschreiben, ob du lieber die Warm-Tones-Palette haben möchtest oder die Cool-Tones-Palette. Und ja, ne? Eines Weitere dazu steht unten in der Infobox. So, hier haben wir dann die Earth Lidschattenpalette, die ich jetzt auch gerne mit euch verwenden möchte. Aber zuallererst swatchen wir mal die Farben. Oh, die fühlen sich aber schön weich an auf den Fingern. Zarte Pigmentierung, aber das Grün kommt ziemlich gut zur Geltung. Ja, das sind halt wirklich richtig schöne, erdige Töne. Aber die sehen alle schimmernd aus. Oder irre ich mich da? Hm. Bis auf den in der Mitte, ne? Den dunkelbraun. Aber ansonsten sieht das alles schimmernd aus. Okay, mal gucken, was wir damit zaubern können. Da wir hier hauptsächlich schimmernde Töne haben, wird es ein bisschen interessanter werden. Ähm, genau. Also, ich würde dann fast schon sagen, ja, ich muss umdisponieren. Und zwar werde ich mich von hell zu dunkel arbeiten. Ich nehme zuallererst diesen ganz, ganz hellen Ton hier. Oh, das aber ordentlich mit auf dem Pinsel. Den setze ich mir zum einen schon mal in meinen Innenwinkel. Und ziehe den auch schon so ein bisschen mit auf mein Auge. Da sieße kaum was von, finde ich. Da sieht man echt fast gar nichts von. Hm. Auch unter den Augenbrauenbogen gebe ich mir den Ton schon mal. Dann gebe ich mir diesen Ton hier außen. Einfach mal daneben. Okay, jetzt habe ich meinen nicht abgeklopft. Und dann flockt der halt so ein bisschen runter. Ich wollte halt Pigment auf meinem Auge haben, ne? Wir gucken nachher, ob wir die Töne auch irgendwie angesprüht drauf machen. Oder mit dem Finger oder so. Aber ich wollte es erst mal so versuchen. Dann gebe ich mir diesen grünen Ton, der hier mit dabei ist. Auch wieder mit dem Lidschattenpinsel. Da klopfe ich jetzt aber vorsichtig ab, weil dunkler Ton und so. Hier mal nach außen hin. Verblende ich das hier mal so ein bisschen, ohne Produkt aufzunehmen. Es ist süß, aber es ist wenig. Ich nehme jetzt aus der Mitte diesen ganz, ganz dunklen Ton. Den nehme ich jetzt auch mit dem Blendepinsel mal vorsichtig auf. Klopfe aber vorher erst ab, weil ich möchte mir den hier auch vorsichtig mal in die Lidfalte blenden. Gut, da ist es jetzt halt für mich positiv, dass der nicht so stark pigmentiert ist, weil dadurch kann ich dann auch so arbeiten, wie ich arbeiten möchte. Weil mir eigentlich so ein heller, verblendet Ton gefehlt hat. Aber da der halt softer ist, geht das klar. Also positiv lässt sich ebenfalls zu dem Ton anmerken, dass er sich schön verblenden lässt. Das ist eine ganz angenehme Kiste. Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie so, als würde ich mir einen fleckigen Look damit aufs Auge bringen. Das auf gar keinen Fall. Ich muss auch sagen, dass wenn ich zum Beispiel mal wieder so Probleme mit meiner Haut habe, dass ich, keine Ahnung, wieder Schübe von meiner Sonnenallergie habe oder so, dann will ich mir auch gar nicht so einen ultraintensiven Augenlook schminken. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass genau für solche Momente eben auch diese Lidschatten gemacht sind. Weil du gar nicht Bock drauf hast, dir da irgendwie ein Papagei aufs Auge zu packen. Sondern einfach nur ein bisschen leicht Farbe drauf, damit das Ganze halt einfach irgendwie schöner aussieht, als es halt vorher aussah. Ich glaube, genau dafür kann man das dann auch sehr, sehr gut nehmen. Das ist sehr zart, sehr sanft und das finde ich dann aber für den Moment auch passend. Jetzt möchte ich natürlich versuchen, das Ganze zu intensivieren. Das heißt, ich gehe jetzt einmal in dieses Rosé-Gold rein, was ich halt auch auf der Mitte habe und gebe das mit dem Finger auf. Und das funktioniert dann schon wieder so schön. Das ist halt sanft von der Farbabgabe her, aber dementsprechend ist es dann natürlich auch sanfter zum Auge. Also das ist schon okay. Ja, ich finde, man sollte dann vielleicht doch mal überlegen, ich sage das im Prinzip jetzt gerade zu mir selber, ne, was die Marken überhaupt mit denen zum Ausdruck bringen wollen und warum die halt ihre Produkte so entwickelt haben. Und deswegen glaube ich, dass das alles vollkommen mit Absicht ist, dass du hier halt nicht so eine Kabellengeschichte hast. Ich nehme jetzt auch das Grün mit dem Finger auf, sondern einfach so ein bisschen was Natürliches aufs Auge bringen. Guck mal, mit dem Finger geht das aber auch richtig krass ab hier. Muss ich ja echt aufpassen. Ich merke gerade, dass man diesen grünen Schimmerton auch sehr, sehr schön hier mit dem Blendepinsel aufs Auge bringen kann. Natürlich riskiert man damit Fallout, aber wenn man den so drauf topft mit dem Pinsel, geht das sehr, sehr gut. So, jetzt auch nochmal die ganz helle Farbe. Wird ein bisschen intensiviert, aber es macht das Ganze auch schon wieder ein bisschen aufgehältet im Innenwinkel. Doch, ich habe den Sinn dahinter verstanden und ich finde auch, dass der Look damit schön geworden ist, ne. Es ist eine schöne, dezente, zurückhaltende, aber doch irgendwie so ein kleines bisschen hat was Geschichte. Wir machen das Ganze jetzt einfach ein bisschen poppiger, denn ich habe mir einen Eyeliner geholt. Das ist der Longwear Eyepencil und den habe ich mir in lila geholt. So, der kommt jetzt an den unteren Wimpernkranz. Das ist einfach so ein Stift zum Hochdrehen. Ich glaube, das könnte gut aussehen. Kommt das nämlich hier einfach an den unteren Wimpernkranz, weil das schon sehr hart aussieht. Aber wir smutschen das gleich nochmal ein bisschen aus. Ich versuche auch so nah, wie es nur geht, an den Wimpernkranz ranzukommen. Mache ich jetzt mal auf beiden Augen oder vielmehr unter beiden Augen. Ich habe das jetzt sehr grob gemacht, ne, weil das wird jetzt ja auch noch gesmutscht. Nehme ich mir einfach, oder gepointet, gesmutscht oder gepointet. Was habe ich denn jetzt vor hier? Ich nehme mir jetzt so einen, das ist eigentlich ein Lippenpinsel, den nehme ich mir jetzt mal damit. Verblende ich das so ein bisschen. Zum einen, damit die Farbabgabe am unteren Wimpernkranz einheitlicher ist. Und zum anderen, dass die Seiten, also die nach außen hin, ne, dass es so ein bisschen softer wird. Durch diese Art, wie ich jetzt diesen Augenlook gemacht habe, habe ich natürlich keinen Winged Eyeliner. Ich habe meinen oberen Wimpernkranz jetzt nicht verdichtet oder so. Aber ich finde schon, dass ich mir damit einen gewissen Ausdruck auch ins Auge gegeben habe. Und deswegen gefällt mir das schon. Man muss halt schon aufpassen an dem unteren Wimpernkranz, ne, wenn man sich so einen lila Ton da aufgibt, dass es nicht krank aussieht. Aber ich finde, so wie es jetzt aussieht, passt es auf jeden Fall zum Look. Ich biege mir jetzt noch ein bisschen meine Wimpern, weil ich mir gleich natürlich noch ein bisschen Mascara drauf geben werde. In gewohnter Art und Weise. Dafür werde ich verwenden die Longwear Mascara. Das ist diese hier. Und die ist unspektakulär von der Verpackung her. Weil so ein Grau, ne, macht nicht so viel her. Und hat so ein Gummibürstchen, was so ellipsenförmig ist. Riecht nach nichts. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara finde ich echt gut. Boah, stell dir die mal vor. Auch mit Eyeliner und mit einem richtig krassen Augenlook. Wobei die so natürlich auch richtig was hermacht. Ich finde die wirklich toll. Die trennt die Wimpern schön, die verlängert die Wimpern schön. Und das ist ja auch das, was sie versprochen hat. Also die macht... Guck dir das mal an jetzt in dem weißen Hintergrund da hinten, ne? Wow. Also das sind wirklich mal verlängerte Wimpern. Und Vara Wumlash ist tatsächlich... Ich mag das gerne leiden. Und jetzt mal ohne Witz dafür, dass es halt eine Marke ist, die eigentlich eher so sagt, nee, hm, wir gucken eher, dass es hautverträglich ist. Finde ich, dass die richtig gut ist. Ich weiß nicht, wie die jetzt abstempelt oder so, ne? Wie die Haltbarkeit ist. Das muss ich mal gucken. Aber ich hätte das Ergebnis so nicht erwartet tatsächlich. Da bin ich wirklich beeindruckt von. Wie immer im letzten Schritt widmen wir uns jetzt den Lippen. Da habe ich zuallererst hier einen Lip Liner oder ein Longwear Lip Pencil. Das ist dieser hier. Und das ist, glaube ich, die Farbe Nummer 01. Ja. Ich habe irgendwie gefühlt alles in der Farbe 01. Ich glaube, das ist irgendwie Sweet Pink oder Soft Pink oder so. Der Lip Liner ist jetzt tatsächlich sehr, sehr trocken, sehr hart. Aber der hat eine schöne Farbe. Also, das tut fast schon weh, wenn man damit versucht, die ganze Lippe auszumalen, ey. Also, ja, äh, ja. Hm. Ne? Also, schöne Farbe. Lässt sich aber wirklich schwer auftragen. Puh, jetzt war ich ja ein kleiner Kampf gerade. Okay, ja. Dann gucken wir uns den Lippenstift mal an, den ich mir dazu geholt habe. Das ist dieser hier. Das ist der Powder Lipstick. Powder Lipstick, genau. Der ist so zum Hochdrehen. Ich glaube, das ist auch die Farbe 01 oder so. Steht in der Infobox. Passt übrigens jetzt auch wundervoll zu meinem Kleid. Kleid ist übrigens von Shein. Mit dem Code ClaudiesWelt15 sparst du ein bisschen was bei Shein. Äh, ja. 10 oder 15 Prozent, je nachdem, welche Bestellensumme du so hast. Ich gucke mal, ob ich das auch in die Infobox verlinkt bekomme. Richtig schönes Kleid. Oh, der riecht auch ein bisschen nach Kirsche. Aber ist halt auch wirklich matt und der ist so ein bisschen zäh auf den Lippen. Äh, sieht aber jetzt richtig, richtig gut zum Kleid aus. Wow. Das Kleid hatte ich heute schon den ganzen Tag an. Das war jetzt so nicht geplant. Also das Video zu drehen war geplant, aber dass ich, dass das alles so passt, war nicht geplant. Das ist meistens ungeplant bei mir und dann passt es irgendwie am Ende doch. Also, ich finde, den Lippenstift, dafür, dass es ein matter ist, ist er gut. Ich mag nicht so gerne matte Lippenstifte. Aber gut, ja. Du, das ist einer zum Raufdrehen. Achso, Color 02 ist übrigens die Farbe. Okay. Ja. Ähm. Schick. Definitiv. Vom Ergebnis her, finde ich, oder jetzt so rückblickend betrachtet, ne. Da sind ein paar Knallerprodukte mit dabei, die einfach irgendwie herausstechen. Wie jetzt die Mascara, die Foundation, ähm, der Bronzer, den ich echt schön finde. Das Blush finde ich richtig schön. Den Augenbrauenstift, ne. Ähm. Aber manche, wo ich auch denke, so, mh, nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Oder die sind mir zu dezent oder so. Aber alles so insgesamt sieht gut aus. Also, ich fühle mich so wohl. Das muss ich wirklich sagen. Ob ich jetzt alle Produkte davon behalten werde, ist die Frage, ne. Das weiß ich nicht. Ähm. Zum Stand jetzt würde ich sagen, ja, ich würde alle jetzt behalten. Ähm. Aber wirklich empfehlen würde ich jetzt nicht alle. Aber das habt ihr ja im Video mitbekommen, was jetzt gut war und was eher nicht so, ne. Aber, ja. Also, ihr Lieben, das ist jetzt mein Fullface mit den ganzen Bell-Produkten, Hypoallergenic-Produkten. Ich fand es ziemlich interessant und ich fühle mich jetzt, Samy ist wach, ziemlich wohl. Und, äh, kann jetzt auch gleich mit Samy zusammen ein Video drehen, denn wir haben da was geplant. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Das war's.